Hi Leute, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Tupac VR. Heute startet wieder ein Gewinnspiel und zwar könnt ihr hier, wenn ihr mitmacht, einen Amazon Gutschein gewinnen in Höhe von 25 Euro. Ja, warum Amazon Gutschein? Ich habe in ein paar Videos schon mal erwähnt, dass ich diese Amazon Affiliate Links auf meinem Kanal benutze. Ich finde die klasse, denn viele Leute kaufen bei Amazon ein und wenn unter euch ein paar Leute sind, die sagen, cool, ich möchte den Tupac gerne unterstützen, ich mag den Kanal, dann könnt ihr das über diese Links machen. Die sind in der Videobeschreibung auf meinem Kanal. Ich zeige euch das mal ganz kurz. So, das ist mein aktuellstes Video Tabletop Gods. Wer da noch nicht reingeschaut hat, guckt mal rein. Echt cooles Game, finde ich. So, und hier in der Videobeschreibung findet ihr unter Spenden, Donations diesen Amazon Link. Ich klicke jetzt mal drauf. Ja, dann sind wir auf der Amazon Hauptseite und hier könnt ihr dann ganz normal eure Einkäufe tätigen, wie sonst auch. Und ich glaube, wenn ihr dann wirklich euren Einkauf in den Händen haltet, dann ist für Amazon dieser Vorgang abgeschlossen und die Provision wird ausgezahlt. Das sind immer Centbeträge, also die zahlen jetzt nicht jeden Centbetrag aus, sondern man hat so einen wirklichen Topf, wo das Geld reinkommt und ab gewissem Betrag, ich glaube 25, 30 Euro, wird dann auch ausgezahlt. Und das kann auch nicht jederzeit ausgezahlt werden, sondern da gibt bestimmte Daten, wann für Amazon der Auszahlungstag ist. So zwei bis drei Monate ist da immer dazwischen, sage ich mal. Ja, und diese Auszahlung ist halt jetzt erfolgt. Dank euch, dank den Zuschauern, meiner Familie, meinen Kollegen, die schon mitgemacht haben hier bei diesem FD-Link-System. Und ja, würde mich halt freuen, wenn es in Zukunft viel, viel mehr Leute machen, um meinen Kanal zu unterstützen. Denn alles, was ich hier einnehme, werde ich komplett in den Kanal stecken. Das heißt, in irgendwelche Hardware, in VR-Hardware, in Software vielleicht, in Kameras und so weiter und so fort. In Gewinnspielen, wie ihr hier seht. Und wie gesagt, wenn sowas jetzt häufiger ist und die Beträge werden eventuell immer höher, dann werde ich auf jeden Fall da immer auch ein Gewinnspiel rausmachen. Ich möchte meinen Zuschauern auch was geben. Und ja, da kommen wir schon zu dem Thema. Ich habe mich jetzt entschieden, das wieder auf Gleam.io zu machen. Und bitte nicht schlagen. Ich weiß, Gleam.io ist nicht wirklich beliebt. Aber da ich meinen Zuschauern das hier halt geben möchte, das Gewinnspiel und nicht irgendwelchen Bots, möchte ich mich jetzt darüber mich halt ein bisschen absichern. Und habe mich entschieden, das jetzt wieder über Gleam.io zu machen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie ein Bot oder so diese 25 Euro zukommen lassen. Das wäre echt schade. Soll wirklich nur für meine Zuschauer sein. Und ja, deshalb Gleam.io. Wenn ihr eine bessere Alternative habt für die Zukunft, teilt ihr mir doch einfach mit unter die Kommentare. Da freue ich mich natürlich immer drüber. Ich habe noch nichts Sinnvolleres gefunden, außer Gleam.io, wo man sich jetzt wirklich absichern kann. Das Gewinnspiel läuft von heute bis nächste Woche Samstag. Steht aber alles unter Gleam.io und unter der Beschreibung. Und falls noch Fragen sind, könnt ihr natürlich auch unter die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dass ihr alle zahlreich mitmacht und ich wünsche euch allen viel Glück. Schönes Wochenende noch und bis dann. Ciao.